Willkommen zum Newsletter in der Kalenderwoche 45, 23, 10 Jahre profischnapp.de. Feiern wir 10 Wochen mit 10 Aktivitäten und 100 Vorteilen für Sie. Und es ist erstaunlich, wie viele Kunden kommen, ich hätte das nicht gedacht, und auch kaufen. Wir sind voll im positiven Stress und auch die nächsten 3,5 Wochen wird dies hoffentlich anhalten. Wir tun alles, damit die Abwicklung sauber klappt. Wenn es mal etwas länger dauert, bitten wir um etwas Geduld. Die nächste Aktivität steht an, Online-Auktion. Diese Woche Freitag, Samstag, nächste Woche Montag, Dienstag, vier Tage, haben wir vier Optionen, die im Preis jeweils 100 Euro pro Tag steigen. Und vier Optionen, die im Preis jeden Tag um 100 Euro fallen. Wird alles auf der Homepage erklärt. Schauen Sie diesen Freitag, oben statt dem Slider sind dann acht Bilder drin. Und da können Sie ein Schnäppchen machen. Online-Auktion wieder, ein Vorteil für Sie innerhalb der 10-Jahres-Aktion von profischnapp.de. Ja, und jetzt gehe ich hier zurück, mache das schön fertig. Dann setze ich mich irgendwo anders hin. So ist das geplant. Und so machen wir das. Ich greife Sie und versetze Sie so her. So, dann sehen Sie Tische und Stühle. Hier haben wir schon wieder Frischware gekriegt. Mein Thema jetzt Frischware. Diese Woche Donnerstag freuen wir uns auf K&W Silex aus Oberfranken. Wir bekommen Bänke, Eckbänke, Stühle und auch Tische. Wirklich tolle Sachen zu fairen Preisen. K&W Silex diese Woche ab Donnerstag neu bei uns im Shop. Und nächste Woche liefert Tommy M. Thomas Machalke schöne Messesachen, Garnituren, Sofa, Sessel, die jetzt frei sind und die wir als Schnäppchen verkaufen. Tommy M. Thomas Machalke nächste Woche Donnerstag. So, und dann gehen wir mal ein Stück weiter hier. Und ich möchte noch eine weitere Aktivität ankündigen. Die soll starten am 18.11. in unseren heiligen Hallen hier in Empfingen. Nämlich eine Vernissage 18.11. bis 25.11. mit einem ganz tollen Menschen und Künstlern. Ich sage den Namen noch nicht, aber ich weiß ihn schon. Können Sie hier seine Kunstwerke bestaunen. Jeweils Samstag 13 Uhr haben wir Sekteempfang. Da würde ich mich freuen, wenn Sie zu uns kommen. Zu uns kommen. Täglich möglich. Wir haben zwar nur Freitag, Samstag geöffnet, aber wir machen täglich Termine im Private Shopping. Sie rufen mich an. Wir finden einen Termin und dann haben Sie eine Stunde den ganzen Markt für sich. Showroom und Schnäppchenkeller können Sie begutachten. Und dann finden Sie auch Ihr richtiges Schnäppchen. Verspreche ich Ihnen. ProfiSchnap.de. Ihr Online-Outlet für Markensofa sagt Danke. Und ich freue mich persönlich, wenn Sie bis zum 2.12. hier nach Empfingen kommen. Danke und Tschüss. Hier ist Reinhard von ProfiSchnap.de.